Alter war das gemein Ja ich guck grad nur durch Wie kann man Outfits weit halten? So Mal starten Nein, ich bin in Level 15 Feiert 4 Loooooouft Ich will dich im Nachhinein rausschneiden, wisst ihr wie ein bisschen scheiße 4 Ja Gittes Ja, weiß ich Nee, solche kleinen Patzer sind grad das geilste Vielleicht schneide ich deinen Gesang raus Echt haben wir silberne Und wahrscheinlich auch keinen SLS AMG, oder? Ja Nein, nur an AMG Ja Warte, ich geh mal drauf, dass wir keine neuen bekommen, weil die können nur nerven Ja 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 Du, das gibt's wirklich, ähm, ein Afrikaner sammelt Elefantenscheiße und verkauft dies, dass man Leute, die man nicht mag, damit ärgern kann Da kannst du denen zum Geburtstag einen schönen Haufen Elefantenäpfel schenken Ey Da freut sich doch jeder drüber Ja, das stimmt, ey Jetzt Einen Tag, du weißt du, was für ein Auto fahren, deine Eltern? Ja, natürlich, du keiner Pisser, nur Ähm, der Ding, du hast Optimus, was fährst du für ein Auto? Ich, ich, ich hab kein Auto Alles klar Ja, wahrscheinlich Nee, aber, wenn du's wissen willst, mein Vater fährt einen Ford F100 Meine Eltern haben gesagt, wenn ich achtsum bin, krieg ich einen Mercedes Also, kriegst du wahrscheinlich so ne alte, gamliche A-Klasse, die komplett einfach raus ist Weißt du, ich krieg wahrscheinlich einen Porsche und Sportwagen Hast du nicht gerade eben noch einen Mercedes zu sagen? Mein Vater arbeitet bei einem Mercedes Das kann auch auch so was noch mit dem fahren Ja Ja, aber falls du willst, du willst, was mein Vater hat, der hat, ähm, einige Autos, der hat einen Ford Mondeo, der hat einen Ford 160, oder warst du dann 260? Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich ne gute Ausbildung bekomme, dass ich mir einen Fahrerschein auch leisten kann Mit welchen Geld soll ich mir das gönn, Junge? Ich krieg alles, Leute, ich krieg alles, was ich haben will Ich grüß mich Mercedes, habe schon ne Freundin Ich bekomme alles, was ich will Wollen wir wieder in der selben Stelle abspringen, hier hinten? Wollen wir hier wieder abspringen? Ähm, weil ich soll in der Zeit die Langerede kochen sind Oh, lecker essen! Langerede gar keinen Sinn heißt das Oh, lecker Mh, brauchst du dich mal das Frikadellen mit Bratendose Was? Frikadellen mit Bratendose? Frikadellen mit Bratendose? Ja Mh, ich bring mal etwas früher ab Ich bin auch noch mal rausgeflogen Ach so, der letztlich, ich bin vor allem die Disko-Mucke Wie in dem Buzze Kacke Ich hasse es immer so, ich leute die schneller sind wie ich Und damit bin ich sogar zwei Stunden Alter, jetzt sind sogar vier schon, leck mich Füßi Jo, ab Nicht mehr lange, ich komm gerade Toll, und ich kann nicht kommen, weil zum einzigen Zugangsweg zum Berg stehen grad vier Typen Nein, irgendwelche random Typen Ich hoffe, die bemerken mich jetzt nicht Hey, was ist denn denn der Safe Zone? Alter, das klingt fast so, als würden die Vögel grad fett im Hintergrund knutschen sollen Mach Platz Ne, als er allererstes krieg ich ne Waffe Ich bin so an der Weg nicht Ne Ich bin so an der Weg nicht Ne 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 hat würde waffe kaste mal nicht so aus jetzt müssen wir alternatio ist schon wieder in wer rotz gerade sein headset voll diesmal habe ich das abrutschen verkackt ich bin zweimal auf die fresse geflogen ist oben was kommt man nach oben ich will sie alle das kommt mein boden abgebaut ich habe mir da ich bin aggressiv wissen wir es in der häuser warum ich verwundet weil ich verkackt habe den berg runter zu rutschen und bin deswegen zweimal auf die fresse geflogen auf jeden fall brauche ich jetzt meine waffe bin ausgerüstet mit meinem langstrecken dildo aber sonst hab ich nix ich bin doch schon unterwegs ich bin bloß zu faul ich habe leider kaum materialien ja ich muss nur das material noch ein zack ja jetzt bin ich klärt ich habe achten metall mehr nicht mehr ich glaube ich habe da unten gerade jemand rennen sehen ich habe angst ich habe angst ich habe angst ja seit juli wieso ich habe angst ich habe angst das stelle Version ja wahrscheinlich da RIGHT ach man bei Star Wars Battlefront habe ich mal so ein funny video gemacht das könnt ihr euch auch mal angucken ja das wird nicht reich aber ich muss mich gerade heruntergetreten junge wahrscheinlich nicht oder ich lasse einfach die ganze zähne so drin auf jeden fall bei trotz 3 hatte ich auch ein paar von moment aber leider habe ich habe ich die aufnahme immer gelöscht nachdem ich ja ja du mich auch hier hat nur noch die hälfte vom leben jetzt lebe ich erst mal mein hass gegen steine aus das klingt ja ich hole mir gerade holz ja hier hinten kann man gut runterrutschen ja ich brauche endlich mal hoppen nein ich habe gar nicht ich habe 103 steine und 89 holz ich habe meinen holz das ist jetzt in erster linie mainz nein weil ich habe nicht mehr wach und krieg nicht mal diesen scheiß trank das nicht lange überleben und das bei halbem leben egoisten nein ich habe das ja das ist ja mein plan ich will sterben ich hasse diesen ich bewege mich was machst du jetzt sagt du also du sagst du versuchst jetzt best moments zu machen du best moments videos können keine stunde gehen wenn du suche was macht die leute ja ich komme 50 ich bin mal auf dem berg hier ja ich habe sie überlebt ich muss noch ganz zeit auf dem berg hier hey man kriegt 30 wenn man wieder belebt wurde cool nein weniger um die 20 level um die 20 leben weniger was ich höre gerade nicht zu nein der hat sich die schrutt gegangen egal da drüben war noch eine so erst 14 verbände findest kannst du die dann hier du hast mich umgebracht ist das ist bist du mir schuldig auch wenn ich jetzt ohne sehr genau dazu ich komme genau zu euch lassen sie mich bitte mal durch danke sehr ja hier ist ja nichts ich glaube er will mich umbringen halt hier ist ja das haus umbauen ich denke wir sind genau hier seid ihr wir müssen wir müssen das haus umbauen ich denke ich habe esχäuser auf mich wurde gerade schon wieder geschossen ich habe schon wieder gefunden könnte mir was geben ich habe nur eine pistole ich konnte eine pistole geben wenn du willst das maschinenpistole hinter der könnte ich sehr wichtig nein kann ich nicht weil du scheiße bist oder wie ich bin 18 junge atanasius du wirst mir gar nicht mehr angezeigt nein tut's nicht naja circa 40 minuten wieso ich schneide die dinger die werden auch nur 20 minuten lang sein aber ich schneide die im nachhinein weißt du jetzt ist gott du gehst mir was auf den sack gerade vielleicht ist er gerade dein auch eine die freiwillig mit dir befreundet ist jetzt ist es ja nein mein holz mein holz meint nein ich glaube er ist muslim ich bin ein solcher muslime ich hatte drei in meiner klasse vier bist du muslim nein ich bin also da ja wer ist wer ist deutscher ja nein das ist krank hast du eine alte für mich ist eine freunde viel zu viel arbeit ich habe schon ein hase um den ich mich kümmern muss und dann noch eine freundin alter das überlebt doch geiler ich lebe ja jetzt schon mit zwei frauen in meinem haus überlebt das mal leute wieso zwei woher meine mutter und meine schwester nein ich habe nur diesen aufwendig hässlichen parakleiter ich habe auch ein regenschirm habe ich auch ich habe hier siehst du bist du bläst oh nein ja natürlich ich habe ich kenne dich alle taten ich müsste la killin war aber nur eine pistole drin ich höre doch schon wieder die nächste rp glutsch ist nach oben hey die krieg warst du auf dem dach ja ich bin gerade am dach ähm hat hat er keine waffe weil ich habe vier waffen ich habe vier waffen eine davon warte ich gebe dir die stehe die zwei stärkste dich ja aber alles klar ne ne spaß beiseite kommen komm her du kriegst noch eine du wenn du ganz lieb bist kriegst du noch eine die habe ich schon aber egal aber ja 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 ich habe eine blaue das alter verbände du hast auch verbände tut mir leid wenn ich mich darüber löst ich mache mir etwas falsch aus befreit ähm ich klein pisse wir müssen die zone ältige kranken kinder aber gar ich dachte schon ich habe schon wieder an der halle zu sein weil direkt außen seit ja an der rp glutsch ist ja 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 warte war kräg hat eine gute woche nein wir sind im arsch ey pack dann geil sieben schuss oh geil ebische stormgewehr und noch eis ja könnte im moment warten dann würde ich diese folge behalten jetzt hier mittendrin und die zweite gleich starten ja leider ist meine aufnahmezeit rum also wer ruft an wir sehen uns dann in der nächsten folge wahrscheinlich in diesem gefecht bis ein ciao bis spät